Der Bomber, die Fälschung allerdings, also die deutsche Schwarzpulver-Pulverversion, die legale. Knatterpeitschen, ein Geschenk von Röhlerfeuerlein. Geil, alle auf einmal haben mich fast drauf. Jetzt kommt der Crackling Bird. Schau mal, wie viel ich angekommen habe. Die Teile mag ich sehr, sehr gerne. 2 Euro. 2 Euro. Einfach geiler Artikel. So jetzt ein B-Böller von Funke. Der von Fyevent war in Wirklichkeit auch ein B-Böller, auch wenn A-Böller draufstand. Deswegen gleich noch mal ein B-Böller hinterher vom Fyevent. Dieses war ein paar Puppe. Da kommt gleich einer hinterher. So Funke, kurzer nach Fyevent. Ich würde sagen identisch. So vom Schneider. So war es also cool. So wie würdento ich meine Hubschrainingen? So. So war es.